Oh! Fuck! Wecker! Biss an! Warte, was soll das sein? Ich habe die Hand noch nie gesehen! Noch nie! Wenn du böse bist, zeig einen Finger nach oben! Yo, yo, yo! Das hat sich gerade doch bewegt, als ich geguckt habe! Was sollen wir denn machen? Sollen wir die behalten oder nicht? Daumen hoch, wenn wir die behalten sollen? Ja! Okay, du, beweg dich nicht! Gehst du später! Beweg dich nicht! Was denn? Oh, du, du sind das! Die ist auf der Tür! Oh Gott! Oh mein Gott! Los, ey! Los! Bruder, ich habe Angst! Ist die Tür noch auf? Ich habe Angst! Nein! Die Tür ist auf! Hast du die zugemacht? Die war eben zu! Ich habe die zugemacht! Diese Hand, ne? Komm, wir müssen gucken, Mann! Hallo? Bro, die Hand war hinter der Tür! Ist die noch da? Nein! Diese Hand hat sich selbst nicht gemacht! Das ist krank! Bro, die war hier oben einfach hinter dir! Alter, die war hinter dir! Ich bin mir auf den Kopf geflogen! Von hier! Что? Bro, da war das? Was ist das denn? Wir müssen uns wieder auf! Bro, da ja! Suche alles ab! Das ist crazy! Verdammt! Ist rein, ne? Ja! Was ist die Hand? Oh, die kam hinter dem Schrank! Vielleicht war die die ganze Zeit auf dem Schrank oder so! Da liegt man ganz Herbe über das hier in der Zimmer! Warum kommt die jetzt jetzt raus, Alter? Das ist so komisch. Das riecht creepy, Leute. Nach dem Motto, wo das Kapitel beginnt, will die sich hier mal melden, oder was? Ihr gebt einen fetten Daumen hoch für mehr 3 Uhr Nachts Videos, weil das ist echt heftig. Man muss sich immer wieder zusammenraffen. Wenn ihr mehr davon wollt, Daumen hoch, kommentiert, seid aktiv, da kommt mehr davon. Okay, ich würde sagen, wir grüßen kurz eine Person, Leute. Wir wissen gerade selber nicht, was hier abgeht. Wir bleiben erstmal hier. Wir bleiben die Nacht hier auf jeden Fall. Gucken, was passiert mit der Hand. Irgendwo welche Matratze auf den Keller und dann kuscheln wir. Auf jeden Fall. Schöne Grüße an Kimi. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf den Zuschauern gebt, wieder einen Daumen hoch, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Ganz wichtig. Und schreibt einen Kommentar mit. Hechte Glocke aktiv. Und ihr habt die Chance hier im Video von uns eingewennt und gegrüßt zu werden. Viel Glück. Jetzt, Leute. Wir gucken noch, halten Wache. Ob wir irgendwas sehen von der Hand. Ich habe mir gekrabbelt die einfach ins Gesicht in der Nacht. Deswegen. Ich kann ja hier gar nicht mehr ruhig schlafen. Wir schließen uns hier ein, Mann. Ich schwöre. Das ist crazy. Willst du noch mal gucken, da drauf? Kannst du da draufsteigen? Ja, kann auch. Und? Ich sehe jetzt nicht so. Ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich kann die Kamera auch oben halten. Bisschen Staub. Gucken wir mal, ob die Kamera ist. Ah ja, genau. Leute, ihr seht jetzt sogar vor mir. Kannst du auch mal gucken, was das ist. Genau, welche Kamera. Kannst du da raus? Nee. Ein bisschen Staub. Okay. Krass, welche Kamera auch mit euch das sehen. Okay, Krass. Mist. Mann. Was war das? Hallo? Guck, 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 guck. Was war das? Jetzt hörst du wieder echt creepy, Mann. Pass auf, hörst du? Keine Ahnung. Bro, hast du doch die Kameras aufgestellt? Sind die noch laufen? Ja, die laufen. Ja, die laufen noch. Ja, ja, die können wir uns angucken. So, angucken? Komm, wir können das jetzt mal sehen und gucken jetzt an. Komm, guck, guck. Leute, wir gucken kurz. Das ist die QT auf da. Ja. Boah. Wir schmeißen jetzt die Kameras an. Ja. Sicher wird die Kameras in der Wohnung. Hast du einen in den Akkus fast leer? Der wird so verschlossen. Ja. Guck mal bei mir. So, ich will kurz in die App. So, fangen wir mit der Flugkamera an. Weil da muss der ja lange gegangen sein. Guck mal, ob da was ist. Okay. Alter, wie creepy der reinkommt. Woher hat der einen Schlüssel? Der ist ohne Schlüssel durch die Tür gekommen. Der hat die einfach aufgeschoben. Der hat aus wie ein Gehilfe vom Game Master. Voll die Game Master Vibes irgendwie. Ja, hat der keinen Mund? Was lauerst du? Der hat irgendwie... Hier unten hat der nix. Alles haut. Oder der ist grad neben uns. Der war abgeschossen, oder? Ja. Der überschnüffelt da in den Paketen rum. Was sucht der? Ja, das sind meine Retouren. Die ich nur abgeben muss bei der Post. So verdammt die mit jetzt. In den Ernst, Alter? Was haben wir raus? Eigentlich. Warte, guck mal, der guckt. Oh, hat er uns gehört? Der hat voll Brühe. Warte. Mein Gott. Der geht zur Kamera. Will er uns damit jetzt sagen, der hört uns und sieht uns? Der hat keinen Mund, Alter. Der hat keinen Mund, Alter. Wie krank ist das denn? Boah, vor die Augen. Bruder, er guckt mir grad tief in die Seele, ne? Okay, der weiß hier, worauf. Boah, nee. Nein. Was macht er zu uns? Oh mein Gott. Der macht ein Spielchen hier. Wollt der grad kommen? Hat der irgendwie einen Peilsender im Ohr? Was war das denn? Ey, was verschiebt der da? Wieso verschiebt der die Pakete? Was mit dem? Hat der da irgendwas dran geklebt, oder was? Okay, der geht weg. Okay. Okay. Security-Kamera 2 Küche. Ich nehm den Stand um. Der spaziert da. Ich weiß nicht, ob der hier oben würde, ne? Ja, Mann. So frech, Alter. Der sucht doch irgendwas, ne? Ja, Mann. Was sucht der? Jetzt schnüffelt der an der Wäsche, oder was? Hm? Was hat der da? Der hat die Hand. Der hat die Hand? Wieso streichelt der die? Jo, der wollte die Hand haben. Ja, Leute, ich wusste, die Hand ist verflucht. Guck mal, beschwört der die, oder was? Oh mein Gott. Irgendwas ist mit der Hand los. Oh mein Gott. Digga, der hat die Glatze, Alter. Der hat voll die Glatze. Oh Gott, der toucht sich damit an. Irgendwie kriegt der Kraft dadurch, oder was? Der reibt sich damit ein. Wir haben die Hand auch angefasst. Was ist mit der Hand los? Wir haben die auch angefasst. Meinst du, was das bedeutet jetzt? Weiß ich nicht, Alter. Ich finde das auf jeden Fall grad voll verrückt, aber es... Was? Oh mein Gott, was will, macht der da bitte? Was macht der mit der Hand jetzt? Jetzt bückt der sich, aber... Was ist das mit der Hand? Sag mir nicht, der schiebt sich die jetzt ab. Okay. Gut, ich war auch grad ein bisschen... Ich dachte, was macht der da unten? Ich war grad auch den Glauben verloren. Leute. Huh? Der geht doch in den Ofen. Der legt dir grad die Hand in den Ofen. Was? Der legt die jetzt mit Aufpackungen aus. Der hat den Ofen zugemacht. Was? Wir müssen gleich im Ofen. Wir müssen gleich im Ofen gucken. Was geht da in den Kühlschrank? Aber was macht der denn? Der hat den Getränk genommen. Der hat den Getränk genommen. Der spaziert jetzt weg. Der möchte jetzt komplett verarschen. Aber die Hand ist im Ofen, ne? Die Hand ist im Ofen, ne? Die Kamera 3. Mein Zimmer. Okay. Guck mal. Hat der was in der Hand? Hat der die Sprite abgelegt oder was? Was? Was machst du in meinem Bett? Was macht der Typ? Toll, da kann ich gleich die Bettbäche wechseln, wenn der sich da jetzt reingeckt. Der Schwein, ey. Als ob der sich da jetzt reinleckt. Na, setz dich schon mal drauf, ey. Toll. Alter, was macht der denn, Mann? Der ist voll ekelhaft, Mann. Weck mich auch nicht auf. Mal hängen? Mal hängen? Mal hängen? Ja, das stimmt. Wir gehen gleich. Wenn der rauskommt, von dem Zimmer gehen wir dahin. Okay, okay. Wo ist der Base? Der Base ist hier. Der ist hier unten. Der hat nur den Schimmer. Gib den mir schon mal. Guck weiter. Oh mein Gott, der legt sich hin. Nein, ey. Okay, wir stellen den sowas von zu reden. Nein, ihr Schwein, ey. Was hier ab ist? Wir gehen jetzt raus. Ey. Wenn der jetzt rausgeht, wir gehen sofort hin. So ein kleines Schwein. Was macht der denn? Jetzt reift er sich. Sein Gister macht schnell an meinem Bett. Wir bereiten uns vor. Mach schon mal auf. Mach die Tür schon mal auf. Mach die Tür schon mal auf. Ich gucke. Wir gucken aber weiter hin, Leute. Was hier passiert. Der liegt noch am Bett. Der liegt noch am Bett. Der liegt noch am Bett. Was ist das? Was macht der denn mit meinen Bildern? Der guckt die Bilder an. Was reibt der sich da dran? Musst der überall seine Keime verbreiten oder was? Was ist das, ey? Was macht der denn? Wie krank ist das? Bist du fertig? Okay, der kommt. Der kommt. Okay. Okay. Drei. Okay. Zwei. Eins. Go! Hey! Was? Der ist doch. Der ist doch. Der ist doch. Der ist doch. Warte mal. Warte mal. Das ist kein. Das ist ein Geist. Ach du heilige. Lass im Ofen gucken. Oh scheiße. Bro. Aber wenn da die Hand ist, dann war der der Geist. Dann war es wirklich ein Geist. Wenn die Hand ist. Okay. Wenn die Hand jetzt hier drin ist, dann war der echt. Der war für echt. Auch wenn dann. Was? Hä? Haben wir jetzt Halluzinationen oder was? Leute. Hä? Was bedeutet das jetzt? Wir haben die gerade live Kamera beobachtet. Bro. Aber die Gegenstände, die ihr genommen habt, sind gar nicht. Da. Ich glaube wir halluzinieren ein bisschen. Leute. Schreib mal die Kommentare. Habt ihr das? Habt ihr das auch gesehen oder nicht? Die Aufnahmen gesehen, die wir gesehen haben? Sind wir gerade unterschlafen? Ich bin extrem müde. Ich auch. Leute. Gehen wir in Unterschlaf? Alter. Da haben wir noch viel mehr. Drei Uhr nachts. Aufnahmen. Das passiert hier nur um drei Uhr nachts. Daumen noch dafür aber irgendwie. Leute die Uhr geht falsch. Das ist die erste Folge. Wo ich komplett verwirrt bin. Ja. Ich kann gar nichts mehr ein. Ich verstehe gerade selber nicht. Also schreibt mir in die Kommentare was ihr davon haltet. Daumen hoch wenn wir weiter sowas dokumentieren sollen. Ja man. Daumen hoch wenn wir weiter drei Uhr nachts Videos machen sollen. Das ist mir zu krank. Das ist krank. Heute bin ich verwirrt. Ja man. Was haltet ihr davon Leute? Wir bleiben beide heute Nacht hier. Wir schlafen hier Leute. Wir pushen zusammen. Ja man. Das geht gar nicht. Mit der Basie. Und falls etwas passiert filmen wir das natürlich Leute. Geht einen Daumen hoch. Für mehr das ist nicht mehr normal. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke Leute. Bis zum nächsten Video. Peace. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.